Charlie, Mama hat Eier gebracht. Lass uns sie ansehen. Oh, cool. Vielleicht sind da Babybananen drin. Oh, was machen wir jetzt? Also, Hampti, Danti saß auf der Lauer. Hampti, Danti flieh von der Mauer. Aldi, der König zu ihm geschickt, bekamen den Hampti nicht wieder geflickt. Gern geschehen, kleiner Mann. Fast wie neu. Aber was machen wir mit dem anderen Ei? Ach, das ist leicht. Ups. Upsi. Hampti, Danti rollt auf den Boden. Bricht den zwei von unten bis oben. Jetzt sind sie traurig. Was sollen wir tun? Gib ihm ne Bandage, das hilft dann im Nu. Oh, oh, dear. Da bekommt jetzt jemand Riesenärger. Sieht nach einem Job wie Ruby aus. Oh, je. Oh, je. Hampti, Danti, was weißt denn du? Wir bringen dich auf deinem Platz im Nu. Aber Tobi, der jagt seinen Ball. Als hätt ich's gewusst. Der nächste Fall. Oh, je. Ich brauche mehr Bandagen, bitte. Ach, du meine Güte. Oh, nein. Bereit oder nicht? Auf zu Ruby, der Retterin. Sie wird den neuen Bruch verbinden. Hampti, Danti saß auf der Lauer. Zerbrochen und bunt vom Fall von der Mauer. Das ist sehr lustig. Doch die Wahrheit ist die, Böse auf euch sein könnt ich nie. Böse auf uns sein könnt ihr sie nie. Außer vielleicht auf Charlie. Hey. Ich werde heute einen Kuchen für Mama und Papa backen. Wer will mir helfen? Ich, ich. Mh, lasst uns Bananen hineingeben. Bei dir ist alles immer mit Bananen. Äh, wir können auch Erdnüsse dazu nehmen. Ich liebe Erdnüsse. Kuchen backen, Kuchen backen, Bäckersmann. Back mir einen Kuchen, so schnell wie man kann. Markier ihm mit nem M, ne Banane und ne Nuss. Ab in den Ofen. Wow, was für ein Genuss. Oh, danke. Ich liebe Bananenkuchen. Kuchen backen, Kuchen backen, Bäckersmann. Back mir einen Kuchen, so schnell wie man kann. Markier ihm mit nem P, betupft und glatt. Ab in den Ofen. Papa John wird sicher satt. Oh, cool. Juhu, Juhu, Erdnüsse. Ich liebe Erdnüsse. Ja, aber das ist der Kuchen für Papa John. Ja, aber das ist der Kuchen für Papa John. Äh, einmal kosten wird niemandem schaden, oder? Wir machen ein schönes Durcheinander. Hihihi. Kuchen backen, Kuchen backen, Bäckersmann. Back mir einen Kuchen, so schnell wie man kann. Verzehr ihn mit Glasur. Oh, Bananen für mich. Bananen für mich. Die sind doch nicht für Charlie. Wer sieht das noch wie ich? Oh Mann, lecker. Ich denke, den muss ich ganz alleine aufessen. Was ist mit mir? Eine für den Kuchen und eine für mich. Kuchen backen, Kuchen backen, Bäckersmann. Back mir einen Kuchen, so schnell wie man kann. Verzehr ihn reichlich und servier ihn dann zum Tee. Mama und Papa freuen sich. Das wirst du gleich sehen. Wow, sieh mal einer an. Diese ganzen schicken Kuchen. Ich kann's nicht erwarten, sie zu probieren. Wir haben sogar Bananen mitgebacken und Erdnüsse. Kuchen backen, Kuchen backen, Bäckersmann. Wir backen einen Kuchen, jetzt seid ihr dran. Jetzt schneidet ihn und kostet. Und eins, zwei, drei. Kuchen backen, Kuchen backen. Bring Kuchen für mich herbei. Oh, Shiny. Ups. Ups. Au, Miaui. Oh nein, was ist passiert, Kätzchen? Miau. Miaui, Miaui. Was ist denn los? Ich fiel grad auf meine Pfote. Küss mein Aua, Mama, bitte. Natürlich, lass mich das mal sehen. Jetzt geht's dir viel besser, siehst du? Ein Verband und ein Kuss von mir. Ja, keine Käfer fängst du mehr. Ja, stattdessen geh ich spielen. Miau. Miaui. Ruby, Ruby. Ja, Kätzchen. Ich hab meine Kralle in der Decke verhakt. Miaui, aui. Das tut so weh. Meinst du hier? Oh nein, ist das der Punkt? Miau. Das tut mir leid, Kätzchen. Hier, lass mich dir helfen. Jetzt geht's dir viel besser, schau. Ein Verband und ein Kuss von mir. Nächstes Mal schneiden wir deine Krallen. Und kümmern uns um deine Pfoten. Miaui. Oh, whoopsie, dupsie, nein, oh nein. Ich bin auf meinem Gesicht gelandet. Kannst du mir helfen? Charlie, au. Ja, wie wär's mit einer Banane? Charlie, er möchte keine Banane. Er möchte, dass du sein Gesicht wäschst und ihm ein Küsschen gibst. Muss ich das machen? Charlie? Okay. Hier für dich, du kleiner Kerl. Ich helfe dir, also bitte nicht weinen. Nächstes Mal isst du besser Bananen. Da passiert nichts, also eins, zwei, drei. Der ist ja Banane. Miau. Ich liebe es auf der Farm. Lasst uns dem Bauer mit der Arbeit helfen. Ja, okay. Das klingt gut. Der Bauer dort im Tal. Der Bauer dort im Tal. Heiho, das ist ein Spaß. Der Bauer dort im Tal. Der Bauer füttert Hühner. Der Bauer füttert Hühner. Heiho, das ist ein Spaß. Der Bauer füttert Hühner. Charlie, füttern, nicht jagen. Der Bauer melkt die Kuh. Der Bauer melkt die Kuh. Heiho, das ist ein Spaß. Der Bauer melkt die Kuh. Der Bauer streut die Samen. Der Bauer streut die Samen. Heiho, das ist ein Spaß. Der Bauer streut die Samen. Ich glaube, er pflanzt Bananen an. Charlie! Der Bauer putzt die Scheune. Der Bauer putzt die Scheune. Heiho, das ist ein Spaß. Der Bauer putzt die Scheune. Der Bauer stapelt heu. Der Bauer stapelt heu. Heiho, das ist ein Spaß. Der Bauer stapelt heu. Gut gemacht. Der Bauer dort im Tal. Der Bauer dort im Tal. Heiho, das ist ein Spaß. Der Bauer dort im Tal. Heiho, das ist ein Spaß. Der Bauer dort im Tal. Hey, Herr Bauer. Wie lang dauert es, bis die Bananen wachsen? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Charlie! Mama Finger, Mama Finger, wo bist du? Hier bin ich, hier bin ich. Geht es dir gut? Mama Finger, Mama Finger, sagst du gern Miau? Ja, mein Kind, ja, mein Kind. Miau, miau, miau. Papa Finger, Papa Finger, wo bist du? Hier bin ich, hier bin ich. Geht es dir gut? Papa Finger, Papa Finger, sagst du gern Miau? Ja, mein Kind, ja, mein Kind. Miau, miau, miau. Bruder Finger, Bruder Finger, Schwester Finger, wo bist du? Hier bin ich, hier bin ich. Geht es dir gut? Schwester Finger, Schwester Finger, sagst du gern Miau? Ja, mein liebes Schwesterchen. Miau, miau, miau. Bruder Finger, Bruder Finger, Bruder Finger, wo bist du? Hier bin ich, hier bin ich. Geht es dir gut? Bruder Finger, Bruder Finger, sagst du gern Miau? Ja, mein liebes Schwesterchen. Miau, miau, miau. Baby Finger, Baby Finger, wo bist du? Hier bin ich, hier bin ich. Es geht mir gut. Baby Finger, Baby Finger, sagst du gern Miau? Ja, liebe Familie. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Die Räder vom Taxi rollen dahin, rollen dahin, rollen dahin. Die Räder vom Taxi rollen dahin, Stundenlang. Das macht auch drei Bananen, bitte. Zu den Tieren, bitte. Ich muss Freunde besuchen. Die Hupe vom Taxi macht Tu, 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 tu. Die Räder vom Taxi macht Tu, 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 tu. Stundenlang. Wir sind da. Das macht auch eine Banane, bitte. Haha, danke. Zum Monichladen, bitte. Klingt gut. Der Fahrer vom Taxi sagt, das klingt gut. Das klingt gut. Das klingt gut. Der Fahrer vom Taxi sagt, das klingt gut. Stundenlang. Klingt gut. Oh, hi Alex. Stört es dich, wenn ich dazu komme? Die Wischer vom Taxi machen wisch, 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 wisch. Die Wischer vom Taxi machen wisch, 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 stundenlang. Haha, hier sind wir schon. Das macht auch fünf Banane, bitte. Das sind echt viele Bananen. Die Räder vom Taxi rollen dahin, rollen dahin, rollen dahin. Die Räder vom Taxi rollen dahin, stundenlang, stundenlang. Das macht auch zehn Bananen, bitte. Das macht auch zehn Bananen, rollen dahin, rollen dahin, rollen dahin. Baby, hi, tu, tu, du, 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 Baby, hi Spielen wir, tu, tu, du, 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 spielen wir, tu, du, 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 das macht Spaß Mama, hai, tu-tu-tu-tu Mama Hai, Du-Du-Du-Du-Du, Mama Hai, Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du Links und rechts Bruderhai Tritt den Ball Fang den Ball Schwesterhai Mach ein Selfie Klick, klick, klick Sieh mich an, so cool Oma, hai Nimm ein Nimm ein Spiel Nimm ein Spiel Nimm ein Spiel Ich liebe dich so Opa, hai Sing ein Lied Sing ein Lied Sing ein Lied Sing ein Lied Den ganzen Tag Opa, ho, ho Das ist ein Lied Match ist aus Jamen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das kleine Kerlchen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Silber und Gold werden schnell gestohlen, schnell gestohlen, schnell gestohlen. Silber und Gold werden schnell gestohlen, mein Fair Lady. Wir wachen sie die ganze Nacht, die ganze Nacht, die ganze Nacht. Wir bewachen sie die ganze Nacht, mein Fair Lady. Okay, ihr könnt mich Ticci nennen, aber müssen wir wirklich die ganze Nacht wach bleiben, um die Brücke zu bewachen? Ja, für immer und immer. Ich bin so müde. Gute Nacht. Gute Nacht, Lilly. Gute Nacht. Da habe ich eine tolle Brücke gebaut. Schaut, wer uns da besuchen kommt. Drei kleine Kätzchen verloren ihre Tätzchen und weinten bitterlich. Oh, liebe Mami, wir fürchten sehr, wir haben unsere Tätzchen verloren. Verloren eure Tätzchen, ihr bösen Kätzchen. Dann gibt's keine Kuchen mehr. Miau, 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 dann gibt's keine Kuchen mehr. Miau, kein Kuchen mehr. Gibt das auch für mich? Lass mal sehen. Drei kleine Kätzchen, sie fanden ihre Tätzchen und weinten bitterlich. Oh, liebe Mami, sieh nur her, unsere Tätzchen fanden wir. Oh, na da, schau her. Gefunden eure Tätzchen, ihr schlauen Kätzchen. Jetzt gibt's Kuchen fein. Puh, 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 puh. Jetzt gibt's Kuchen fein. Mh, Bananenkleben. Geben, ihr süßes Kätzchen, ein liebster Kuchen. Drei kleine Kätzchen zogen an ihre Tätzchen und erhassen den Kuchen auf. Oh, liebe Mami, wir fürchten sehr, unsere Tätzchen sind verschmutzt. Was? Verschmutzt eure Tätzchen, ihr bösen Kätzchen. Und dann seufzen wir. Miau, 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 miau. Und dann seufzen sie. Was? Waschen? Waschen eure Tätzchen, ihr braven Kätzchen. Jetzt geht's raus zum Spielen. Miau, 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 miau. Los, raus mit uns zum Spielen. Hier ist ein braves Kätzchen. Ja, das seid ihr. Noch mehr von diesem Bananenkuchen. Hm? Oh, miau. It's funny. Miau. Erst trägst du die Seife echt gut auf. Treib sie auf deine Arme und Beine. Dann wäschst du deinen ganzen Körper. Heute werden wir sauber. Oh, waschi, waschi. In der Wanne spür ein wenig Haus und Glänz. Waschi, waschi. Mit Seife spielen. Oh, ich liebe Waddezeit. Oh, ich liebe Waddezeit. Dann trägst du das Shampoo auf. Mach es aber gut. Wasch, wasch, rund und rund. Und es ist gut sauber zu sein. Und es ist gut sauber zu sein. Oh, waschi, waschi. In der Wanne spür ein wenig Haus und Glänz. Waschi, waschi. Waschi mit Seife spielen. Oh, ich liebe Waddezeit. Oh, ich liebe Waddezeit. Jetzt nehmen wir die Cremespülung. Macht unser Haar echt glatt. Es bringt auch die Wickel raus. Du fühlst dich wie neu. Oh, waschi, waschi. In der Wanne spür ein wenig Haus und Glänz. Waschi, waschi. Mit Seife spielen. Oh, ich liebe Waddezeit. Zum Schluss pülen wir alles aus. Das Wasser ist so gut. Alles erledigt. Nimm ein Tück. Trocken musst du sein. Oh, waschi, waschi. In der Wanne spür ein wenig Haus und Glänz. Waschi, waschi. Mit Seife spielen. Oh, ich liebe Waddezeit. Oh, waschi, waschi. In der Wanne spür ein wenig Haus und Glänz. Waschi, waschi. Mit Seife spielen. Oh, ich liebe Waddezeit. Ich denke, es ist ein gruseliger, krabbelnder, schilender, zehnbeiniger Tausendfüßler. Hey, Charlie. Kaffer, 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 gruseliger Krabbelkäfer. Oben auf der Decke. Schau. Und unter dem Teppich. Kaffer, kaffer, kaffer. Eww. Gruseliger Krabbelkäfer. Oben auf der Decke. Und unter dem Teppich. Ich muss sich gleich achu, achu, achu. Ganz stark und nach achu, achu. Ich habe Angst vor ihnen achu. Achu, achu, achu. Ganz stark und nach achu, achu. Ich habe Angst vor ihnen achu. Achu, achu, achu. Oh, Gesundheit, Jax. Eww, schau dir seine Augen an. Mh, nein danke. Mh, sieht wie Mittagessen aus. Eww. Käfer, 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 groß und kleine Käfer haben hier und da schnell unter dem Stuhl. Käfer, 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 groß und kleine Käfer haben hier und da schnell unter dem Stuhl. Dann muss sie gleich Eww, 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 Tag und Nacht Eww, Eww, Eww. Ich habe Angst vor ihnen Eww, 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 Eww. Dann muss sie gleich Eww, 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 Eww. Ich habe Angst vor ihnen Eww, 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 Eww. Lecker, Mittagszeit. Tobi, Eww, Sie sind gruselig und ewig. Schnell, versteckt euch, es riecht auf deinem Arm. Eww, oh nein. Käfer, 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 klitzekleiner Käfer springen auf und ab in der ganzen Stadt. Käfer, 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 klitzekleiner Käfer springen auf und ab in der ganzen Stadt. Vertreiben wir sie, husch, husch, ganz Tag und Nacht, husch, husch. Wir haben keine Angst vor ihnen Husch, 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 husch Ertreiben wir sie Husch, husch Ganz Tag und Nacht Husch, husch Wir haben keine Angst vor ihnen Husch, 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 husch Ich wollte etwas zum Mittagessen Käfer Tobi Hat jemand Mittagessen? Gesagt? Wer will Mittagessen? Ich bin ein Mittagskäfer Da waren fünf im Bett Und Charlie sagt Rutsch rüber, rutsch rüber Alle rutschten rüber Und einer fiel raus Alles in Ordnung hier? Äh, naja Da waren vier im Bett Und Charlie sagt Rutsch rüber, rutsch drüber Alle rutschten rüber Und einer fiel raus Au! Au! Warum? Hm, was geht hier vor? Das ist nicht lustig Da waren drei im Bett Und Charlie sagt Rutsch drüber, rutsch drüber Alle rutschten rüber Und einer fiel raus Muss ich euch wirklich alle bewachen? Hm, bleib im Bett Ha, 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 ha Da waren zwei im Bett Und Charlie sagt Rutsch drüber, rutsch drüber Alle rutschten rüber Und eine fiel raus Was ist das für ein Lärm? Alle ins Bett, aber schnell Das ist Charlie, da braucht so viel Platz. Los, los, ab ins Bett. Da waren fünf im Bett und Ruby sagt, Rutscht rüber, rutscht rüber. Alle rutschten rüber und Charlie fiel raus. Hey, warte mal, ich soll nicht rausfallen. Hey Leute, lasst mich auch dazu. Ich gehe aufs Klettergerüst. Ich werde auch worauf klettern. Ich werde herumhüpfen und den Duft der Blumen riechen. Und ich bereite ein Picknick für alle vor. Juhu, ja. Oh nein. Regen, Regen, zieh doch ab. Komm lieber an nem anderen Tag, weil jeder von uns spielen mag. Regen, Regen, zieh doch ab. Es soll aufhören zu regnen. Das ist cool. Regen, Regen, bleib doch hier. Es fühlt sich so gut an auf mir. Komm und spritz uns Kinder nass. Das wird ein toller, schlammiger Spaß. Regen, Regen, mach nur weiter so. Dann nass das macht uns alle froh. Wir wälzen uns im Schlamm umher. Das gefällt uns allen sehr. Regen, mach nur weiter so. Wir tanzen alle und sind froh. Zu deinem Regentropfentakt. Das ist, was ein Giger mag. Oh nein, es hat aufgehört. Mehr Regen, bitte. Oh nein. Regen, komm zu uns zurück. Jederzeit, komm, bring uns Glück. Jeder von uns, die ich gerne mag, komm gerne wieder jeden Tag. Was für ein Spaß. Pfützen sind so toll. Hardy, hallo. Oh wow. Schaut euch all die bunten Stände auf der Drury Lane an. Lasst uns den Muffinmann suchen. Ich möchte einen Bananen-Muffin. Den Muffinmann habe ich noch nie gesehen. Ich möchte einen Blaubeermuffin. Kennst du den Muffinmann, den Muffinmann, den Muffinmann? Kennst du den Muffinmann, der wohnt in der Drury Lane? Schaut! Mh, die sind so lecker. Ja, ich kenne den Muffinmann, den Muffinmann, den Muffinmann. Ja, ich kenne den Muffinmann, der wohnt in der Drury Lane. Muffinmann, den Muffinmann. What? Da ist der Eiscremmmann. Ich möchte einen Bananen-Splitz. Kennst du den Eiscremmmann, den Eiscremmmann, den Eiscremmmann? Kennst du den Eiscremmmann, der fährt den Eiscremmmann? Ja, ich kenne den Eiscremmmann, den Eiscremmmann, den Eiscremmmann. Ja, ich kenne den Eiscremmmann, der fährt den Eiscremmwagen. Ja, ja, ich weiß schon. Drei Bananen-Splitz am Stiel. Mh, mach lieber sechs da raus. Oh, Charlie, danke für jeden einen. Nein, die sind alle für mich. Kennst du den Pizzamann, den Pizzamann, den Pizzamann? Kennst du den Pizzamann, der fährt den ganzen Tag? Ähm, eine Bananen-Pizza, bitte. So etwas gibt es nicht, Charlie. Wie will ich mit Bananen-Paprika? Oh ja, hundert Stück, bitte. Charlie! Ja, ich kenne den Pizzamann, den Pizzamann, den Pizzamann. Ja, ich kenne den Pizzamann, der bäckt den ganzen Tag. Mh, ja, ich hab's ja gesagt. Oh, riech ich da Bananenkuchen? Ich nehm sechs Stück. Sechs? Sechs! Kennst du den Bäckersmann, den Bäckersmann, den Bäckersmann? Kennst du den Bäckersmann, der backt den besten Kuchen? Ja, ich kenne den Bäckersmann, den Bäckersmann, den Bäckersmann. Ja, ich kenne den Bäckersmann. Ich bin sein größter Fan. Er ist sein größter Fan. Kennst du den Süßigkeitenmann, den Süßigkeitenmann, den Süßigkeitenmann? Kennst du den Süßigkeitenmann? Sein Name ist Dan. Hallo. Hallo, Dan. Ich hätte gerne Bananenchips, einen Sack voll Bananenlollis und Bananenfruchtgummi. Ja, ich kenne den Süßigkeitenmann, den Süßigkeitenmann, den Süßigkeitenmann. Ja, ich kenne den Süßigkeitenmann, sein Name ist Dan. Hey, Dan. Danke für die tollen Dinge. Ich hänge mich mal verkehrt rum an einen Ast und esse sie alle auf. Oh, oh, oh. Tschüss. Oh, tschau. Tschau, hallo. Oh, tschau. 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 Sind alle auf? Nein. Zeit zum Herrichten. Ich will noch schlafen. So putzen wir die Zähne schon, deine Zähne schon, deine Zähne schon, so putzen wir die Zähne schon, so früh am Morgen. Putz, putz, genauso. Putz, 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 putz. Auf und ab. Hin und her. Spülen. So waschen wir unser Gesicht schon, unser Gesicht schon, unser Gesicht schon, unser Gesicht schon. So waschen wir schon unser Gesicht so früh am Morgen. Wasch. 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 So ziehen wir uns jetzt schon an, jetzt schon an, jetzt schon an. So ziehen wir uns jetzt schon an, so früh am Morgen. Zieh, 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 zieh an, zieh, zieh, zieh an. Schöne Schuhe, wie meine Hose, wie mein Kleid, zieh mir an. So packen wir unser Mittagessen, ein Mittagessen, ein Mittagessen. Ein, so packen wir unser Mittagessen, ein So früh am Morgen. Pack, yummy, pack, 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 pack. Mh, Erdnussbutter und Marmelade. So gehen wir zur Schule, schon zur Schule, schon zur Schule, schon. So gehen wir zur Schule, schon so früh am Morgen. Schule, 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 Schule. Schule, 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 Schule. Schuhe, 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 schuhe. Ich bin noch nie mit dem Zug gefahren. Na dann, wird das ein tolles Abenteuer für dich, Lilly. Ich werde ganz viel herumalbern. Du wirst dich lieber benehmen, junger Mann. Kein Blödsinn, Charly. Okay, Mama. Steigt schnell alle ein, wir fahren die Gleise entlang. Seht euch die Landschaft an, ganz entspannt seid ihr dann. Steigt schnell alle ein, wir fahren du da, da. Die Tschu-Tschu, die hat Rhythmus, hört mal, was sie sagt. Tschu-Tschu-Tschu-Tschu! Oh, Ruby, woran denkst du gerade? Ruby will ein Abenteuer, ganz weit weg von hier. Alex liebt das Reisen, mit Charly spielen wir. Lilly liebt die Tschu-Tschu, weil die Funken das Rad da macht. So ein perfekter Tag, wir fahren bis in die Nacht. Steigt schnell alle ein, wir fahren die Gleise entlang. Seht euch die Landschaft an. Hey, wird dir Angst und bang? Steigt schnell alle ein, wir fahren du da, da. Die Tschu-Tschu, die hat Rhythmus, hört mal, was sie sagt. Tschu-Tschu-Tschu-Tschu! Tschu-Tschu! Sieht so aus, als würde jemand den Zug fahren. Das ist der Lokführer. Oh, ich mag das Wort. Der Lokführer fährt den Zug. Es pfeift und es duckt. Es macht lustige Geräusche. Wie Wu-Wu-Tschukka-Look! Ich liebe es, wenn es mächtig dampft. Die Landschaft liebe ich. Ich liebe meine Puppen. Überraschen werd ich dich. Charly, benimm dich. Steigt schnell alle ein, wir fahren die Gleise entlang. Seht euch die Landschaft an. Schau, wird dir Angst und bang? Steigt schnell alle ein, wir fahren du da, da. Die Tschu-Tschu, die hat Rhythmus, hört mal, was sie sagt. Tschu-Tschu-Tschu-Tschu! Zeigt der Tag für eine Zugfahrt. Wir tuckern durch die Landschaft. Draußen ist schön grün. Alles ist so wunderschön. Wie in nem Magazin. Wenn die Fahrt vorbei ist, es ging so schnell wie schad. Vielen Dank, Herr Lokführer, für den schönsten Tag. Eins, zwei, drei, vier. Steigt schnell alle ein, wir fahren die Gleise entlang. Seht euch die Landschaft an. Ist euch Angst und bang? Charly! Steigt schnell alle ein, wir fahren du da, da. Die Tschu-Tschu, die hat Rhythmus, hört mal, was sie sagt. Tschu-Tschu! Tschu-Tschu! Oh, yeah! Das war toll! Tschu-Tschu, Charly! Yeah! Lili! Ja? Alex! Aha! Rubi! Ja, gnädige Frau! Charly! Ja, du Charly! Oh, kommt's schon, Kinder? Es ist Zeit, die Hände zu waschen. Okay! Zeit, die Hände zu waschen, sauber, dass sie sind. Seife und Wasser, einfach machen's wir. Schäumen und spülen, so macht man es richtig. Dann futzen wir die Zähne und gib guten Nachfuss. Wasch, 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 sauber, sauber, sauberer Maschine. Es ist Zeit, die Hände zu waschen, bevor wir zu Schule gehen. Seife und Wasser ist die goldene Regie. Schäumen und spülen, so macht man es richtig. Ja! Und jetzt meine Kleinen, alles frisch und aber und hell. Wasch, 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 sauber, sauber, sauberer Maschine. Zeig mir, die Hände zu waschen, bevor ich Mittag ess. Nur Seife und Wasser, ich schäume ne Menge auf. Schau, wie ich lerne, meine Hände so sauber zu halten. Ich bin der sauberste Hase, den die Welt gesehen hat. Wasch, 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 sauber, sauberer Maschine. Wenn deine Hände schmutzig sind, nimm einen Tipp von mir. Abwaschen mit Seife und Wasser ist wichtig. Du kannst es lustig machen und mach es jeden Tag. Abwaschen mit Seife hält die Keime fern. Wasch, 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 sauber, sauber, sauberer Maschine. Wasch, 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 sauber, sauber, sauberer Maschine. Hast du meinen Bär gesehen? Ich finde ihn nicht. Wo hast du ihn zuletzt gesehen? Ich bin sicher, du findest ihn. Wer stahl mein Spielzeug? Wer hat es denn? Ich suche meinen Teddybären. Ich suche ihn überall. Aber er ist nicht da. Hast du in Mamas und Papas Zimmer geschaut? Oder im Badezimmer? Vielleicht ist er unter dem Waschbecken. Versuch stark an ihn zu denken. Nein, er ist nicht da. Du wirst ihn finden, Schatz. Keine Sorge. Wer stahl mein Spielzeug? Wer hat es denn? Ich suche meinen Teddybären. Ich suchte ihn weit und breit. Aber er ist nicht da. Hast du im Versenstimmer noch gesehen? Wir haben deinen Film gesehen. Unter der Couch oder im Regal. Wer ist dein Teddybären? Ist dein Teddybär weiß? Nein, er ist braun. Oh, schau weiter, Schatz. Ich weiß, du wirst ihn finden. Wer stahl mein Spielzeug? Wer hat es denn? Ich suche meinen Teddybären. Hast du meinen Bär? Das wäre nicht fair. Ich nahm nicht deinen Teddybären. Ich habe selbst so viel. Aber du kannst ihn mein Zimmer sehen. Wenn du es wirklich wissen willst. Oh, nicht da. Schon gewusst. Wer stahl mein Spielzeug? Wer hat es denn? Ich suche meinen Teddybären. Hast du ihn versteckt? Sag, hast du ihn entdeckt? Ich versteckte nicht deinen Teddybär. Ich habe draußen gespielt. Über Puffe unter der Treppe. Oder in der Nähe deines Bettes. Oh, oh. Ich habe meinen Bären gefunden. Ich fand mein Spielzeug. Ich fand meinen Bär. Er war in meinem Zimmer. Oh, Junge. Unter meinem Kissen. Hier hätte ich auch suchen sollen. Du hast dein Spielzeug gefunden. Spielzeug gefunden. Hip, hip, hip. Hurra! Wir wussten, du wirst es finden. Jetzt kannst du doch spielen. Super gemacht, Schatz. Ja, ja, es ist Zeit, Eier zu essen. Ist ein gesundes Frühstück und starte den Tag. Ja, ja, es ist Zeit, Eier zu essen. Ist ein gesundes Frühstück und starte den Tag. Nein, 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 ich will sie nicht. Schau, was dein Bruder und deine Schwester machen. Frühstück mögen sie auch. Okay, ja, ja, ich isse meine Eier. Ja, 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 zum Aufräumen ist Zeit. Wasch dein Teller und die Tasse spülen aus. Ja, ja, zum Aufräumen ist Zeit. Wasch dein Teller und die Tasse spülen aus. Nein, nein, putzen will ich nicht. Schau, was dein Bruder und deine Schwester machen. Schauen mal, sie putzen auch. Okay, ja, ich werde putzen. Oh, wow, es ist schön, sauber zu sein. Ja, ja, es ist Zeit, mach dich bereit. Sieh dein liebstes und schönstes Outfit an. Ja, ja, es ist Zeit, mach dich bereit. Sieh dein liebstes und schönstes Outfit an. Nein, nein, ich will mich nicht anziehen. Schau, was dein Bruder und deine Schwester machen. Sie ziehen sich jetzt auch an. Okay, ja, ich ziehe mich an. Ich bin jetzt schon fertig. Ja, ja, es ist Schulzeit. Sicherheitsguter an. Wir müssen bald sein. Ja, ja, es ist Zeit für die Schüler. Sicherheitsguter an. Wir müssen bald sein. Nein, nein, ich will nicht zur Schule gehen. Schau, was dein Bruder und deine Schwester machen. Sie haben schon ihre Sicherheitsguter an. Okay, ja, ich gehe in die Schule. Ja, ich gehe in die Schule. Ja, ich gehe in die Schule. Bis zum nächsten Mal.